So, jetzt musst du ehrlich sein, weil das ist jetzt nicht so angenehm. Die Frage ist, wo du dich jetzt befindest gerade in deiner Beziehung. So? 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 Naja, man hat sich vielleicht nicht mehr mehr so viel zu sagen, man schaut an einen, man schaut nicht wirklich hin. Irgendwann hat man schon umgeschaut, irgendwann war es sogar so, irgendwann war es sogar näher, da hat man sich in die Augen geschaut, da hat man sich geküsst und was weiß ich, was alles und sich. So, und jetzt ist die Frage, wo bist du jetzt gerade? Und da muss man jetzt ehrlich sein, das tut ein bisschen weh, weil in vielen Beziehungen läuft es so. Nebeneinander? Ja, wer hat die Kinder ab? Wer macht das? Wer kocht heute was? Oder wo fahren wir in Urlaub hin? Naja, dann schaut man sich vielleicht kurz an und dann macht man weiter. Ja, es heißt, wer liebt es irgendwann mal so ein bisschen nebeneinander. Und es tut weh, wenn man sich erinnert, wie es einmal war. Okay? So, die ehrliche Frage an dich ist jetzt, wo stehst du? Da, da, da oder wo? Wehtut die Erinnerung, dass es einmal so war? So, die Frage ist natürlich, warum das jetzt so passiert, ist und warum es in jeder Beziehung so passiert. Und wenn man weiß, warum es passiert, dann kann man es wieder retour machen. Aber nicht, indem man eigentlich so ist und so tut, als wenn man so wäre. Das funktioniert nicht, sondern es muss wirklich was passieren. Und dafür sind wir da, dass das wieder möglich ist. Und meine Erfahrung damit ist, oder mit meinen Seminarleiten, dass das da, ich demonstriere das manchmal, nur eine Viertelstunde dauert. Und sehr spannend, wieso? Und in der Viertelstunde gibt es Tränen und kommt das. So, das ist möglich und ich zeige das, wie das geht. Und jetzt wirst du sagen, ich würde es auch so sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, das gibt es nicht. Doch, es gibt es schon. Wenn du die Projektionen zurücknimmst, wenn du siehst, dass da hier zwei Kinder sind, die einfach nur verletzt sind. Und jeder schiebt es auf den anderen, du hast mich verletzt, du hast mich verletzt. Dann muss das ja so sein. Aber wenn man die Verletzung zurücknehmen kann, wenn man es begreifen kann, was eine Beziehung überhaupt ist, wozu die überhaupt da ist, dann ist das wieder möglich. Verstanden. Verletzung. Untertitelung des ZDF, 2020